Ja, hallo zusammen. Eine neue Woche, ein neues Building on a Budget, Leute. Diese Woche habe ich es wieder geschafft. Ich habe uns ein neues Spinnendeck vorbereitet. Das wollte ich eigentlich auch schon die ganze Zeit gemacht haben. Und jetzt ist ja der Paper-Release-Termin von Ikoria in den Mai verschoben worden. Und dann konnte ich wenigstens genau das machen. Ich würde auch sagen, wir schauen uns das Ganze sofort an. Viel Spaß! So, willkommen zurück. Hier wie immer erstmal die Deck-Übersicht von heute. Falls ihr Fan von so Defender-Beatdown-Decks sein solltet, dann habt ihr hier auf jeden Fall eine neue Deck-Option. Ich muss auch auf jeden Fall sagen, das Spinnendeck sieht mittlerweile ziemlich cool aus. Ordentlich Flavor und echt nette Effekte. Klar, beim Power-Level sind die Spinnen jetzt nicht der stärkste Tribe von Magic. Ich habe dem Deck jetzt hier knappe sieben Punkte beim Power-Level gegeben. Aber auf jeden Fall ist das noch genug, um gegen die gängigen Magic-Starter-Decks zu bestehen. Das sollte wirklich gar kein Problem sein. Denn vom Budget liegt das Deck da ungefähr auf einem Level. Die Karten werden halt echt wenig gespielt. Und der Einzelkartenwert liegt gerade mal bei 10 Euro aktuell. Wenn man sich das Ganze dann komplett zusammen bestellen würde, wären das vielleicht so 15, 20 Euro. Aber so oder so ist das Spinnendeck wirklich sehr preiswert geworden. Und dafür ist es wirklich sehr gut spielbar. Schauen wir uns jetzt aber erstmal noch die Einzelkarten etwas genauer an. Wie eben erwähnt, ähnelt das Deck einem Defender-Beatdown-Deck. Hier durch die Angriffsformation fügen unsere Kreaturen ihren Schaden über die Widerstandskraft zu. Was bei den Spinnen halt unfassbar gut ist. Natürlich können die Spinnen auch so angreifen. Aber hier den Bonus-Stärke-Effekt über die Angriffsformation würden wir da schon ganz gerne mitnehmen, würde ich sagen. Und hier die Wall of Blossoms auf der rechten Seite. Ja, das ist halt ein Magic-Klassiker. Eine super solide Karte. Er setzt sich immer selber. Und erst recht mit der Angriffsformation eine richtig gute Karte. Und so als einfache Mauer. Auch für mich in einem Spinnendeck völlig in Ordnung. Der Rest des Decks, das sind nämlich wirklich nur Spinnen-Kreaturen. Hier haben wir als erstes die Gloom-Widow und Obelisk-Spider für die ersten Züge. Wither und die Minus-1-Minus-1-Markenfähigkeit ergeben zusammen auch eine echt nette kleine Synergie. Die ein bisschen Bonus-Schaden und Lebenspunkte für uns erzeugt. Wir brauchen halt auch echt ein paar Kreaturen für die ersten Züge. Und zusammen mit der Formation können auch die kleinen Spinnen ja später sehr gut Schaden machen. Ich meine, so eine 2-Mana-3-3er-Kreatur, das ist schon völlig in Ordnung. Mit einem netten Bonus-Effekt. Und manchmal hat man ja auch die Obelisk-Spider 2-3 Mal im Spiel. Und dann kommt da manchmal echt gut Schaden zusammen. Kann man also auf jeden Fall ganz gut zocken. Und hier die nächsten beiden Karten. Die sind da schon noch ein Stück interessanter, würde ich sagen. Arresta, die neueste Karte im Deck, ist wirklich super praktisch für uns. Ihr Effekt ist halt super nervig für unsere Gegner. Erzeugt ab und zu immer ein paar Bonus-Spielsteine. Und zieht genau deswegen auch recht oft das Removal vom Gegner auf sich. Das ist allerdings völlig in Ordnung für uns. Den Spielstein, auch wenn es nur einer ist, den kriegen wir ja trotzdem. Und Arresta ist halt zusätzlich noch eine Verzauberung für den Deliriumseffekt von Ishkana. Das passt halt echt sehr gut zusammen. Und Ishkana hier ist sowieso mein Favorit. Sie war halt schon immer eine super gute Kreatur, die auch im Standardformat ohne andere Spinnen gespielt wurde. Und hier ihre aktivierte Fähigkeit in unserem Deck, randvoll mit Spinnen. Das ist natürlich eine richtig gute Möglichkeit, um auch einfach das Spiel zu gewinnen, ohne selber angreifen zu müssen. Also Ishkana ist für mich auf jeden Fall weiterhin gesetzt eine super starke Einzelkarte. Und jetzt hier nur noch das Ende der Mana-Kurve. Die ganz großen Spinnen, die unser Deck aber noch ein bisschen flexibler machen. Zusammen mit den Arachnus-Netzen können wir halt immer wieder die Kreaturen der Gegner wirklich einspinnen. Finde ich halt super cool, die beiden Karten. Am Anfang können wir die Verzauberung schön defensiv einsetzen. Und später können wir die Karten ja auch nochmal aus dem Friedhof wiederholen. Damit dann Blocker beim Gegner aus dem Spiel nehmen. Also wirklich eine richtig coole Karte. Macht das Deck doch schon irgendwie eine ganze Ecke spaßiger. Aber das kann man natürlich auch anders spielen. In meiner Variante würde jetzt natürlich noch ordentlich Ramp-Zauber kommen. Die wir halt einfach brauchen, weil wir eben die ganzen teuren Kreaturen verbaut haben. Bei Harrow ist hier nochmal erwähnenswert, dass die Karte ein Spontanzauber ist. Und auch zusätzlich ein Landopfer. Beides wieder super gut für Ishkanas Deliriumseffekt. Da müssen wir ja auch ein bisschen drauf achten. Aber das klappt hier wirklich hervorragend. Und aufgefüllt habe ich das Ganze dann mit einem Spider-Spawning und einer Tower-Defense in längeren Spielen. Einmal einen Haufen Spinnenspielsteine machen, ist halt nie verkehrt. Und die Tower-Defense mit der Angriffsformation zusammen ist das ja quasi plus 5, plus 5 Massenpumpf für alle Kreaturen auf einem 2-Mana-Spontanzauber. Das kann und wird halt auch Spiele gewinnen. Super guter Effekt, wie aus dem Defender-Beatdown-Deck. Und jetzt fehlt hier eigentlich nur noch die Mana-Base. Die habe ich natürlich wie immer bei den Budget-Decks recht simpel gehalten. Evolving Wilds sind hier meine erste Wahl. Auch weil sie eben selber wieder in den Friedhof gehen, damit sehr gut für Ishkana sind. Und ja, das waren auch schon alle Einzelkarten hier von dem Deck. Ich muss sagen, mir gefällt das Ganze so echt gut. Aber natürlich kann man das auch noch ein bisschen abändern. Etwas effektiver wäre auf jeden Fall, ohne die teuren Spinner am Ende zu spielen, einfach mehrmals Tower-Defense spielen und dann die Gegner möglichst schnell umhauen. Aber so hat mir das Spinnendeck halt persönlich einfach am besten gefallen. Noch ein bisschen Interaktion, dass man ein bisschen auf die Gegner und die gegnerische Strategie eingehen kann. Fand ich einfach ganz cool. Aber natürlich habe ich auch hier noch eine Upgrade-Karte für euch. Klar, es gibt immer Alternativen zu den Ramp-Zaubern, zum Removal. Natürlich gibt es bessere Fetch-Länder, viel bessere Fetch-Länder. Aber am ehesten würden sich hier wirklich ein bis zwei Swarmyards lohnen, über ein Land eine Spinne regenerieren zu können. Ist halt ein super starker Effekt, muss aber nicht unbedingt sein. Würde aber auch super gut zum Flavor des Decks passen. Allerdings kostet ein Swarmyard auch schon fast so viel, wie das gesamte Deck, was ich hier gebaut habe. Aber wie ihr das Deck am Ende baut, das müsst ihr natürlich wie immer selber entscheiden. Das waren auf jeden Fall erstmal alle Infos, die ich euch zu meinem Deck mitgeben wollte. Ich hoffe natürlich, das Video und das Deck haben euch gefallen, wenn dem so ist. Denkt an den Daumen hoch, würde mich wie immer mega freuen. Und an der Stelle kann ich euch nur noch einen wundervollen Tag wünschen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.